Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Hypixel Skyblock Video. Heute zeige ich euch, wie ihr fliegen könnt, weil die Frage lese ich in Streams immer sehr, sehr oft und ich denke mal, das liegt auch den meisten auf den Herzen, wie man generell fliegen kann. Es gab schon solche Gerüchte, wie YouTuber können fliegen und sowas stimmt alles nicht. Jeder kann auf den privaten Inseln fliegen, sofern ihr eine Suppe habt. Und eine Suppe lässt euch zwei Minuten fliegen, sieht man jetzt auch rechts am Bildschirmrand. Ihr könnt die auch stacken. Also je mehr Suppen ihr nehmt, desto länger könnt ihr fliegen. Kleiner Tipp noch am Rande, nehmt nicht einen Stack auf einmal, weil sobald ihr in den Hub wechselt, auf eine andere Insel wechselt und zurück, könnt ihr halt nicht mehr fliegen oder halt wenn ihr ein Disconnect habt, ist das Fliegen halt auch vorbei. Hier ist der Hub, beziehungsweise mein neuer, ja so ein Hub Portal Block, den ich gebaut habe, passend zum Haus und wie ihr quasi die Suppen craften könnt, das zeige ich euch mal jetzt. Hauptzutat für die Suppen sind Pilze. Um Pilze zu bekommen, kann ich euch empfehlen, geht erstmal zu der Bahn und dann zum Mushroom Desert. Da wo wir auch letztes Mal Kakteen für Sand gefarmt haben. Also einmal hier hin. Wenn ihr den passenden Level habt, könnt ihr auch über mein Portal gehen. Also da muss man Farming Level 5 farmen, um da hinzukommen. Und dort oben seht ihr, da sind Pilze, die baut ihr so lange ab, bis ihr den Pilz Minion bauen könnt. Also Pilze farmen, bis die Pilzkollektion den Pilz Minion freigibt. Und hier sieht man noch in der Pilzkollektion alle Rezepte. Also ihr braucht dann auch schon eine gewisse Anzahl an Pilzen, die ihr gefarmt habt, um diese Suppe freizuschalten. Zum einen, genau, hier ist die Magical Mushroom Soup. Also ihr müsst um die 1000 Pilze farmen, dann wird die freigeschaltet. Aber eigentlich relativ easy, sobald ihr den Minion habt. Baut den Minion. Stellt den auf, dann sammelt er von alleine Pilze. Was ihr danach freischaltet, ist folgendes. Sekunde, einmal zurück. Und zwar den Mycelium Trade. Pilze wachsen auf Mycelium schneller und besser. Und sobald ihr das freigeschaltet habt, könnt ihr hier bei Go Back, nochmal zurück, nochmal zurück, hier bei Trades, könnt ihr quasi Mycelium handeln. Und dann macht ihr einfach ein Mycelium Feld, setzt euren Mushroom Mann in die Mitte, wenn ihr noch habt, eine Storage hinter. Und dann sammelt ihr halt die ganze Zeit Pilze. Wichtig für den Pilzmann, ihr braucht einen dunkleren Raum, beziehungsweise ein Dach drüber, nicht so viele Fackeln an. Dann wachsen Pilze halt auch schneller. Und dann bekommt ihr relativ fix das Rezept für die Mushroom Soup. Mushroom Soup macht ihr so mit Glowstone, Redstone, einen braunen Mushroom, einen roten Mushroom und eine Bowl. Und dann bekommt ihr quasi jeweils immer ein. Hiermit kriegt ihr ein Stack hin und damit könnt ihr dann halt 64 mal 2 Minuten lang fliegen. Um Redstone zu bekommen, geht ihr am besten in die Deep Caverns, das ist hinter der Goldmine. Ihr braucht natürlich auch ein gewisses Equip, um da hinzukommen. Das Spiel ist nicht mal eben gespielt, muss man dazu sagen. Und deswegen rüstet euch ein bisschen aus. Und dann könnt ihr quasi in die Deep Caverns. Und wenn ihr da weiter nach unten geht, also euch nach unten kämpft, findet ihr dann quasi den Redstone-Bereich. Pigment Stand. Und da findet ihr genug Redstone zum Abbauen. Und wenn ihr quasi 50 abbaut, kriegt ihr das Rezept für den Redstone-Minion. Und wenn ihr dann, ich glaube, 80 Redstone investiert, könnt ihr dann quasi einen Redstone-Minion bauen. Und der sammelt für euch dann Redstone. Also habt ihr jetzt erstmal einen Pilz-Minion, dann einen Redstone-Minion. Und jetzt brauchen wir nur noch den Glowstone-Dust-Minion. Den bekommt ihr in der Blazing Fortress. So, da hinten kann man schon sehen, hier gibt es quasi Netherrack, Glowstone, Quartz. Und da müsst ihr auch einfach wie immer ein bisschen was abbauen. Und sobald ihr genug abgebaut habt, hier auch wieder, ihr bekommt den Minion. Und mit ein bisschen mehr könnt ihr halt einen Minion bauen. Dann habt ihr quasi einen Glowstone-Minion zu Hause, einen Redstone-Minion und einen Pilz-Minion. Und so könnt ihr, wie schon erwähnt, ein ganzes Steck Suppe machen. Und dann könnt ihr fliegen. Hier ist gerade der Pilz-Minion gerade schon fleißig am Sammeln. Guckt mal, wie viel er schon hat. Hat noch nichts, aber er pflanzt auch gerade erst an. Aber wie schon erwähnt, hier ganz wichtig, so lange Pilze sammeln, bis ihr das Rezept habt. Ich hatte am Anfang, glaube ich, vier Mushroom-Minions, damit das Rezept relativ schnell freigeschaltet wurde. Und kann ich auch nur jedem empfehlen, wer irgendwas farmt, ein paar mehr Minions bauen von der jeweiligen Sorte. Weil, ja, dann könnt ihr quasi relativ schnell farmen und ihr kriegt das relativ schnell freigeschaltet. Jetzt gibt es noch ein kleines Update, was ich hier gebaut habe, wie das Haus aussieht. Und der nächste Stream, der startet, ist wahrscheinlich am Freitagmittag rum. Also wer gucken möchte, wie das Haus weitergebaut wird oder beziehungsweise die Insel, kommt einfach mal Freitagmittag rum. Link zum Livestream in der Videobeschreibung. So, das Haus befindet sich auf der linken Seite schon, also hier ist es schon komplett von außen soweit. Die nächsten Abschnitte werden quasi hier vorne gebaut, dass ich dann hier irgendwie die Fassade mache, das Dach ein bisschen und dann quasi einmal rumbau und letztendlich quasi das Dach von oben baue. So, dann geht es ans Inneneinrichten. Das wird, glaube ich, nochmal eine richtige Herausforderung, weil ich möchte quasi alle Farben, alle anderen Sachen, Lagern Vernünftiges, alles im Haus haben. Eingangshalle habe ich jetzt schon mal angefangen, die habe ich auch, glaube ich, schon mal ein bisschen gezeigt. Auch noch nicht fertig. Aber so, das ist so die erste Eingangshallen. Ich meine, es sieht erstmal noch ein bisschen blöd aus, weil da die Wand fehlt. Aber das ist so das erste Lagerhallen- oder Eingangshallendesign, was man jetzt so hat. Vielleicht noch ein paar Bücherregale überall hin und dann haben wir schon mal die Eingangshalle fertig. Portal-Häuschen, habt ihr gerade gesehen? Solange die Insel frei ist, kann hier auch jeder hingehen, um die Portale zu benutzen. Im Livestream kann sein, dass ich manchmal sperre oder letztens hatte ich auch einen Käfig. Liegt aber einfach daran, das wollte ich nochmal ganz kurz ansprechen, dass davor im Livestream sind beim Bauen immer ganz viele vor die Kamera quasi gesprungen und das war halt immer super nervig. Und da musste ich gestern, glaube ich, auch was, musste ich sogar einen blocken, weil er quasi nach mehrmals oder mehrmaligen Kicken immer noch nicht gecheckt hat, dass das stört und dann habe ich den quasi von der Insel verbannt. Also wisst ihr Bescheid, wenn ich hier baue, bitte nicht so viel nerven oder ärgern, weil dann sperre ich die Insel irgendwann und dann hat keiner mehr was davon. Also so ist es ja schön, so können Leute drauf können, die können zugucken und ein bisschen rumfliegen und ja, live dabei sein. Also, wie gesagt, Freitag gegen Mittag rum, sollten Livestream starten, Mittag, Nachmittag rum, guckt einfach mal rein und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und jetzt könnt ihr quasi fliegen. Und das ist nicht nur für YouTuber was. Haut rein, tschüss! Und jetzt probieren wir uns. Wuogo